Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaktion Video mit Sebiya. Zusammen gucken wir uns den türkischen Sänger Rain Man an. Ich glaube mit ihm habe ich noch nie darüber eine Reaktion gemacht zu Rain Man. Er ist eigentlich YouTuber und macht auch Musik, ist sehr beliebt, sehr bekannt auch als Sänger. Wo bleibt deine Musik? Und ja, er hat vor einer Woche ein Musikvideo rausgebracht, was jetzt 18 Millionen Klicks hat, war lange auch in Trends, auch in Deutschland und das Lied heißt Melek. Melek heißt auf Deutsch, weißt du es? Nein? Habt ihr es nicht im Bosnischen? Melek? Was heißt bei euch Engel? Anjo. Okay, ganz was anderes. Okay, dann gucken wir uns mal das Musikvideo an. Rain Man, 18 Millionen Klicks schon. Bin gespannt. Wurde auch schon mehrmals Kommentiert unter meinen Videos. Eine Fehler. Melek. Das ist Rain Man. Das Lied kenne ich. Leila. Ah ja, das Lied. Sein anderes Lied, das Leila heißt. Okay, wartet wohl auf seine Freundin. Aber auch nicht. Was ist das passiert? Shit. Okay. Krass. Mit der Autotune und so richtig tief gelegt, die Stimme. Also hört sich ein bisschen anders an als seine anderen Lieder irgendwie. Das Musikvideo haben sie aber gut gemacht irgendwie. Sieht echt nice aus. Und mir gefällt das Lied. Ausnahmsweise mal. Das Musikvideo haben sie aber gut gemacht irgendwie. Sieht echt nice aus. Und mir gefällt das Lied. Ausnahmsweise mal. Was ist das? Ich bin nicht so stark, aber ich kann mich machen. Ich bin nicht so stark. Ich bin nicht so stark. Aber ich bin nicht so stark. Okay, das ist scheinbar. Ich bin nicht so stark. Oha! Stopp. Das nur weil die eine da einen anderen Typ hat oder wie? Ja, vielleicht. Warum? Okay. Wirst du dich nicht so fühlen, wenn du siehst, dass dein Geliebter einen anderen hat vielleicht? Wärst du nicht auch innerlich tot? Ich werde nicht im Krankenhaus. Okay. Ein bisschen Fanservice. Ein richtiger Sarg. Ja, das ist der Engel oder wie? Ja, das ist der Engel. Hey. Interessantes Musikvideo. Rain Man. Ich muss sagen, seine anderen Lieder haben mir jetzt beim ersten Hören nicht so gefallen direkt. Eher nach mehrmaligen Hören. Okay. Wie findet ihr das Video? Mögt ihr das Lied von Rain Man? Also, es wäre jetzt eigentlich mein Favorit. Falls ihr andere Lieder von Rain Man kennt, die sich noch abchecken solltet, die eventuell sogar besser sind als das, schreibt es gerne in den Kommentaren, würde mich sehr interessieren. Falls euch das Video gefallen hat. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert nicht vergessen, checkt auch unsere anderen Reactions zur türkischen Musik ab, wir haben einige noch gemacht, auch zu Rain Man. Schaut einfach mal vorbei und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.